Heut am Abend stand im Programm und begrüsse ich nach dem Garderober-Rundgang. Kurz darauf konnten wir im Königtreff ein Apera haben. Dann haben wir das Libel bekommen. Die Papa-Liblene von uns, die hier spielen. Es war einfach ganz schön am Abend. Sofort haben wir mit den anderen, die wir noch nicht kennen, angefangen zu schnurren. Wir durften noch spalieren, bei mir laufen. Das war wirklich cool, damit wir im Stadion stehen, wo sie dann kamen. Es ist schon sehr speziell, muss ich sagen. Ohne sie wären wir alle nicht hier. Ich war schon stolz, dass sie jetzt hier alle kommen konnten. So viel fetteren. Auch mit Mama, mit unseren Lieblings und Papa hinten drauf. Das war ein echt cooles Gefühl. Dass sie uns hier nahe begleiten konnten. Das war ein echt cooles Gefühl. Stolz auf die Lesung von meinem Sohn. Ich bin nicht nur auf die Lesung von meinem Sohn stolz. Ich bin allgemein stolz auf ihn, wie er als Mensch ist. Als Sportler ist es natürlich sehr schön, das zu sehen. Ja, ja. Meine Eltern, die nicht in der Nähe wohnen, verfolgen zu viel am Fernseher. Und dass sie doch jetzt mal ein bisschen näher gewesen sind bei uns. Man hat es schon gemerkt im Warm-Up. Man hat es immer gesehen. Das ist bei mir schon ein bisschen speziell. Millionen 이해. Man hat es hingeitated. Man hat es begeistert wie im Rahmen hoven influenceione mistbild an und als Frau der laid es begeistert für dich. Untertitelung des ZDF, 2020